Tim und Tim waren beim letzten Day schon... Richtig schlecht. Ich erinnere mich noch an die Szene, wo du da so standest. Dass er das nicht gecheckt hat. Was sind wir zwei? Uns beide gibt es nur im Duo. Als Paar. Als Team. Oh, romantisch. Oh mein Gott. Was ist das jetzt? Was ist das? Im Doppelpark? Was? Im Doppelpark? Die Zeit ist vorbei. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge Activity. Activity. Und die heute mit dabei sind Baso, Maluna, Timit und Tim Horus. Wir haben hier eine 2 gegen 2 Battle. Die beiden... Ja, das bin ich. Ich moderiere das Ganze und ich habe eine Waffe. Das heißt, wenn jemand böse ist, wird er erschossen. Ingame. Ich bin es, die Waffe. Nein, Entschuldigung. Nochmal ganz kurze Erklärung. Ich nehme jetzt mal eine Probekarte. Genau. Wie funktioniert das jetzt? Ich ziehe eine Karte. Genau. Und du bestimmst vorher, was möchtest du machen? Möchtest du beschreiben? Möchtest du malen? Oder möchtest du Pantomime machen? Du bestimmst, womit du anfangen möchtest. Welche Kategorie. Achso, und dann mache ich so lange beschreiben, bis die Zeit... Genau, wir haben ein Zeitlimit. Ich würde sagen so 90 Sekunden, 2 Minuten, sowas im Dreh. Und du nimmst eine Karte, beschreibst das oder malst das. Wenn man nur das rät, wirst du sie einfach weg. Oder wenn du skippen willst, kannst du das auch einfach machen. Ja. Und dann einfach so viel, wie ihr es schafft. Wird einfach mitgezählt. Und machen wir alles? Zeichnen, Schreiben und Darstellen? Ähm... Ne, wir machen immer eine Kategorie. Also wir machen jetzt eine Runde komplett. Die Zeit, du machst nur Pantomime oder nur Malen oder nur Beschreiben. Ja, und danach? Danach wechselt ihr, dann macht Timmit zum Beispiel das. Und dann... Und dann... Dann nächste Runde ist dann Pantomime. Ja, okay, also wir machen theoretisch alles. Genau, drei Runden im Prinzip. Okay, okay, das heißt, es ist ja egal. Ich muss ja eh alles machen. Ja, genau. Dann fang ich einfach mit dem ersten an. Warte mal, ich hab hier eine Probekannte. Was ist deine Stärke, Linda? Was würdest du sagen? Das erste ist Zeichnen. Ich mach einfach Zeichnen selbst. Okay, dann fängst du mit Zeichnen an. Dann... Ja, ich bin bereit. Dann, wenn du die ganzen Tandys liegen. Drei, zwei, eins, go, go. Ach, du musst, du musst. Äh, Lachsmiley, ähm, Berg, äh, Müsli, Suppe, äh, Fisch, Ente, Bad, Badewanne. Badewanne, äh, Bad, Schaum, Bad, Schaumbad. Ja! Krasses Wort. Sparschwein. Äh, Sparschweinchen. Äh, oh Gott, wie mag man das? Spangwein, Spangwein. Äh, äh, Schrankschwein. Ah, Schrankschwein, du bist so süß. Äh, Bank? Ähm. Bank, Sparbuch? Oh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Ich mach weiter. Das war schrecklich. Was war's? Ein Schweinestall? Äh, oh Gott, wie mach ich das denn jetzt? Bist du mir nicht voll Geld die ganze Zeit? Äh. Ähm, Pferd. Pferd? Boah, stark. Äh. Der Reiten. Reitkunst. Oh Gott, ich weiß einfach nicht mehr, wie man Sachen malt. Äh, äh, Pferdefau. Das ist ja terrible. Äh, äh, Dressur. Dressieren. Guck mal, was das ist. Ähm, äh, äh, Schwerz, Speer, äh, 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 Krieger, Ritter, Ritter? Ja! Oh! Oh! Wie denn? Du hast noch 14 Sekunden. Wie? Auge. Auglinie. Äh, Iris. Ähm, ähm, ist das nicht, äh, Pupille. Ja. Pupille. Fünf. Pupille. Vier. Drei. Scheiße. Zwei. Schwein. Barschwein. Drei Sachen war's. Drei Sachen war's. Ja, das hatte ich noch nicht, das hier muss weg. Kommst du hier durch? Okay. Lass mal nochmal kurz connecten. Okay. Ja, okay. BitConnect. BitConnect. Ich sag, wir, also, Timmit und ich, wir schaffen fünf in der Zeit. Fünf. Timmit, fühlst du dich confident, das zu erreichen? Top drei, zwei, eins. Buchregal. Ähm, Autohaus. Bücher. Was machst du schon? Katze. Siehst du, weil du so viele Begriffe sagst, hast du einen schon wieder vergessen. Wasserfall. Äh. Kugel. Pilz. Haare. Frisur. Du musst so einen Tick zur Seite noch. Mädchen. Frau. Haarschnitt. Ähm. Scheitel. Ähm. Frisur. Scheitel. Ähm. Scheitelfrisur. Ähm. Ähm. Zum Scheiteln verurteilt. Kann man was als gelten? Als gelten machen? Scheitel noch? Nee, er muss das Wort sagen. Das war bei uns auch so. Scheitel. Seitenscheitel. Mittelscheitel. Mittelscheitel. Ey, vielleicht wäre ich noch draufgekommen. Nee, er hat ja schon den nächsten Begriff genommen. Oh Mann, ey. Wie hat das nochmal geschafft? Fünf? Naja. Sagen wir das Null? Naja. 40 Sekunden noch. Türrahmen. Tür, Schloss. Ähm. Schrank, Tür. Tick nach rechts, ja? Schlüssel. Schlüsselloch. Schlüsselloch. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Schlüsselloch ist richtig. Schlüsselloch. Ihr habt noch 30 Sekunden. Fünf, äh. Vier braucht ihr noch, ne? Ja, alles gut. Vier noch, ne? Ja, schaffen wir, schaffen wir. Ja, alles klar. Wolke. Rauchwolke. Regenwolke. Gewitterwolke. Atomkraftwerkwolke. Ähm. Schornstein. Wolkenkratzer. Ja. Ja, ja, ja. Wow, okay. Das war Nummer zwei. Jetzt noch fünf Sekunden. Fünf Sekunden für drei noch, ne? Äh, Bär. Nase. Nasenbär. Ähm. Bauch. Nabel. Zeit war vorbei, leider. Zeit war vorbei, leider. Zeit war vorbei, leider. Da kann man nix machen. Habt man überhaupt was gesehen? Ey, come on, Bauchnabel. Zwei habt ja also. Viel von dem Hinterkopf auf jeden Fall. Ja, scheiße. Ich glaube, von der Seite ist besser auf jeden Fall. Für die nächste Runde. Timmit. Na gut. Ich muss sagen, ich hab mehr erwartet. Ja. Aber wenigstens zwei. Ich auch von euch. Du bist ja gleich noch dran. Ich kenn dieser Clip. Ja, wir machen das, wir machen das. Heute besprechen wir Wirtschaftsanlagen. Das ist gruselig. Das ist gut. Und welches ETF-Fonds ihr kaufen solltet. Ist das dein? Und zwar ist aktuell die Inflation voll. Ich hab keine. Manuna, fühlst du dich bereit? Ich fühl mich bereit. Dann, dein Timer startet in drei, zwei, eins. Jetzt. Oh. Er ist da. Das hat nicht zu mir gehört. Warte, warte, warte. Ja, okay. Jetzt, jetzt. Baums. Fisch. Äh, Ei. Eier. 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 Becher. Das hat ein Engel, oder nicht? Ne, das war stark gezeichnet. Hab ich gecheckt. Eier. Achso. Eier. Eier. Flügel? Eier. Eier. Riss. Perle. Eier. Eier. Muschel. Muschel. Das ist aber schnell. Das ist ein Kunstwerk schon. Ich muss so processen. Sie können das gut. Ja, ja. Kunst LK. Kunst LK. Laptop. Brief. Gitter. Schach. Das ist easy. Tic-Tac-Toe. Eier. Dame. Wie heißt denn die letzten Spiele? Eier. Felder. Eier. Eier. Schiffe versenken. Babibu. Gitter. Das war doch Bingo. Eier. Eier. Ich glaub nicht, oder? Es war Bingo oder Schach. Eier. 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 Immer noch Katze. Tiger. Santilla. Motorradbild. Eier. 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 Süß. Eier. 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 Wir haben auch nur zwei. Also das war gar viel. Scheiße! Und Schach war gut. Vielleicht hätte ich irgendwie reagieren sollen. Schachbrett. Oh nein, das war gut. Scheiße, ich war auf dem richtigen Weg. Aber Tim hat mir auf der ganze Zeit Scheiße ins Ohr gelabert. War ein Poster. Ich habe eine Frage. Ja. Fällt es für dich auch besser, wenn du da guckst? Ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst. Warum ist das Wort auf der Höhe von Matteo eingestellt? Der hat sich mit Großmenschen ein bisschen bücken müssen. Und der nicht viel nachteilig ist. So bist du perfekt in der Twerkstellung. So viel größer als der Spot bist du jetzt auch nicht, Tim. Alter, ich habe Bubble Butt. Ja, ja. Okay, gute Hose. Okay, fühlst du dich ready? So sehe ich echt nichts. Zählst du runter? Ich zähl runter. Timer los in drei, zwei, eins. Oh. Ja, Mann. Ähm. Wie heißt ein Balluna, unser Team? Oh, gut. Das ist so süß. Die anderen heißen Timmy. Schatztruhe. Ja, ja. Oh mein Gott. Der erste Wort. Als ob. Ja. Cheat. Ich habe das Wort. Cheat, wo guckst du? Ich hätte das Wort natürlich gesehen. Ja. Ähm. Nee, musst du nicht. Mach einfach weiter. Unten, drunter. Oh, er wasted time, er wasted time. Oh, er wasted time. Er wasted time. Aber. Das war nicht effizient. Noch mal Schatztruhe. Brief. Liebesbrief. Post. Post. Hm. Absender. Nee. Strand. What the fuck. Pool. Ähm. Schwimmbad. Köpper. Köpper. Was? Schwimmbad? Ja. Alter. Okay. Ähm. Macht langsam jetzt, ne? Macht jetzt nicht weg. Wie soll ich das denn machen? Weiter, einfach weiter. Ich weiß nicht, ob das gilt. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Schreiben ist illegal. Ja. Ähm. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, Mond. Ja, Augenbrauen. Oh. Halloween. Ähm. 20 Sekunden. Macht euch keinen Stress. Was ist das? Aber 20 Sekunden. Was ist das? Die Narbe. Ja. Ja? Oh. Wenn ihr jetzt den Brief verratet, kommt ihr. 10 Sekunden. Mach irgendwas. Hey, machen wir keine Runde danach, ne? Ach hier. Für die Kategorie. Ach so. Flagge. Weiter. Man darf nicht reden. Warte, 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 warte. Zeit ist um. Oh, da kann man leider nicht. Fahne. Fahne. Das ist ne Fahne. Ey. Hättest du so ne kleine machen müssen. Fahne. Safe, safe, safe. So ne Minigolf. Tatsächlich. Gleichstand in dieser Kategorie. Weil wir einfach alle so gleich gute Freunde sind. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Als Tiebreaker werde ich nur zeichnen. Oh. Und ihr dürft beide raten, das Team, was zuerst da redet, kriegt über den Punkt. Okay, okay, okay. Das klingt mega. Das Team mit was er kommt bei euch. Picasso. Mann, ich mag Lianz-Ringen. Das holt das hier. Alter, das tat so weh. Das tat so weh. Das hat sich auch ein bisschen angehört, als hättet ihr euch was gebrochen. 2, 3, 4. Okay. Oh, ja. Das ist Spannung. Die Musik ist geil. Haus. Haus von Nikolaus. Pfahl. Zaun. Pfeil. Rakete. 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 Silvester. Rakete. Silvester-Rakete. Feuerwerk. Drache. Drache. Was bin ich? Schwert. Schwert. Oh, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. This is my man, my man. Kleiderkasten. Stark, stark, stark. Grüße an Crunchy im Chat. Also drehe dich, Tim. Ampel? Fernbediener. Rüben. Boxen. Rot. Musikboxen. Lautsprecher. Xylophon. Oh Gott, ich blöde. Steg. Weg. Das ist das Dinger, was du draufhaust. Würfel, Würfel. Ja, wie heißt das? Domino, Domino. Domino. Nein, ey, das geht nicht. Domino Day. Das geht nicht. Vogel. Ente. Pilz, Pilz, Fliegenpilz. Hammer. Tutan, Ente. Tutan, Tutan. Fahnen, Ente. Fahnen, ja. Let's go, let's go, let's go. Get fucked. Schneemann. Schneemann. Waren wir schon. Das hat gar nicht. Über Wasser, 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 ja. Ähm. Uff. Äh, Busch. Feuer, Explosion, Rauch. Peitsche. Dynamit. Äh. Ui. Schnur, Bombenschnur. Rauch. Abgas. Abgas, ne. Ähm. Feuer, Brunsenbrenner. Ofen. Fast. Feuerlöscher. Ähm. Abgass? Was war ein Schlauch? Ja. Was? Hä? Was war ein Schlauch? Hä, Leon, hä, kannst du mal bitte dich anstrengen? Ihr seid einfach Connected. Er hat auch auf dich gezeigt. Ja, ich weiß, was du sagst. Nein. Gabschlauch. Wie steht's? Ihr Mazzard-Buddy. Genie, Frau. Chat, ihr müsst mitgezählt haben. Warte mal, ich hab nicht, also mein Handy war zu offen. Ich hab nicht in den Chat geguckt. Oder vier, zwei? Man hat meine Augen gesehen, right? Ich glaube, Chat hatte das auch nicht. Ich verstehe jetzt das mit diesen Kunden. Ich find's ne Art für frechheit, aber schön. Das war, also das war für mich schwer. Das war schwer. Das bedeutet, die erste Runde geht damit an euch beide. Glückwunsch. Yippie. Wir machen jetzt ein BO3. Es gibt ja drei Kategorien. Das heißt, Erz-Kategorie für euch. Das heißt, ihr müsst jetzt die nächste Kategorie gewinnen. Ansonsten sind die Gesamtsieger. Oh, check it. Best of three. Die nächste Kategorie wird sein, umschreiben. Das heißt, wir brauchen kein Whiteboard. Mach ich einmal zur Seite. Und ihr dürft gerne bestimmen, wer anfängt. Umschreiben. Ja, die Gewinner fangen an. Gewinner fangen an. Danke dir. Wollen wir dieses mal tauschen? Das ist ich zuerst? Ja. Soll ich zuerst? Ja. Ist egal. Umschreiben. Wie gesagt, du darfst nicht das Wort sagen. Oder Teile vom Wort, die da drin sind. Zum Beispiel bei Sonnenschein darfst du nicht Sonne oder Schein benutzen. Ja, sonst einfach umschreiben. Okay, Mr. Boncho. Und deine funky Regeln. Der denkt sich immer neue Sachen aus. Also, du hast wieder 90 Sekunden Zeit, so viele Begriffe wie möglich zu umschreiben für Maluna. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Mr. Boncho. Danke. Wenn man da ist, können die Punkte auf Null gesetzt werden für die Kategorie wieder. Wir fangen wieder bei Null an. Und dann geht's los. Janik, in fünf, vier, drei, zwei, eins. Linda. Oh, falsch rum. Ähm, in so Filmen kommt das so, wenn jemand einbricht und dann ist, der will zu so einem Schatz und dann sind da aber so Dinge im Weg und die darf man nicht berühren. Sonst kommt der Alarm. Laserstrahlen. Ohne Strahlen. Ja. Darf man das so? Warum ist das falsch rum? Ähm, im Wald, wenn so ein freier Platz ist, wo keine Bäume sind. Das ist eine. Weg. Feld. Ein Waldfeld. Eine Wiese. Ein Weg. Ist das scheiße? Was wird das? Ja, ich mach ein nächstes Wort. Ähm, ein Wald ist so, und wenn so Berge sind und so, dann ist das. Ein Gebirge. Auch, aber so, noch ein größerer Überbegriff davon. Ein, ähm. Also was ist das so? Berge und Wälder und so. Ein Natur? Ja, genau. Okay. Ähm, äh, wenn man essen geht, dann geht man zum Beispiel. In Restaurant. Äh, äh, zu einer bestimmten Tageszeit. Äh, zu einer bestimmten Tageszeit. Ja, Abend. Ähm, das gibt's zu so, äh, Currywurst glaub ich dazu. Ne, warte mal. Äh, zu Bockwurst. Zu Bockwurst gibt's so ein Dip dazu. Äh, Curry. Currysoße. Nee, was anderes. Ketchup. Curryketchup. Nee, was anderes noch außer Ketchup? Äh, Senf. Ja. Ähm, das steigt ins Weltall und hat so unten so... Äh, Raketen. Ja, Rakete. Ähm, damit wäscht man sich die Hände. Seife. Ja, ich hab Bewegung gemacht, sorry. Ähm, da fällt Tim mit rein, wenn er irgendwo reinfällt. Äh, noch. Da kann man reinfallen, ja. Ja. Zeit zum... Ist das krass. Ich glaub, es waren sieben. Ich glaub, es waren sieben Begriffe insgesamt. Stronger, oder? Nicht schwer. Warte. Linda, du bist super gut da drin. Dankeschön. Ja. Also Lochseife. Ja. Rakete. Ja. Senf. Ja. Abend. Ja. Das waren ja doch voll viele. Loch. Ja. Das, wo ich meinte, Wald und da ist offen, das ist eine Lichtung. Ist das so? Wenn da so nichts ist. Aber das war auch so, wann sagt man Lichtung jeweils im Leben? Ähm, und Laser. Also die hier... Das ist glaub ich sieben, oder? Laser war der erste, ne? Warte mal, ich kann nicht einfach die Karten zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Krass. Gute Runde. Wollen wir auch gut mal sagen. Wird zynkt. Wird zynkt. Wird zynkt mit reinfälscht. Wird zynkt. Gartens, super, cool. Okay, Tim. Dann mach ich die weg, die wir schon benutzen haben. Yes. Loch. Das war ja super. Zwei, eins, go. Okay. An meiner Hand habe ich... Finger. Ähm... Bitte mach's noch. In der Kindheit macht man oft... Hier zwischen... Hey, du... Mach's jetzt seit zwei Uhr hier. Ja, du hast recht, du hast recht. Schummler. Ähm, du hast recht, sorry. Oh. Joink. In... Der... In der Nacht... Ja, einfach mal. Wenn man in den Himmel schaut, dann sieht man... Den... Mond. Und... Der... Der, ähm... Feuer... Ne, der, der, ähm... Der leuchtet, und dann nennt man das? Ähm... Mondlicht. Weiter. Mondschein. Richtig. Oh mein Gott. Red ruhig schneller, wenn du kannst. Wenn man Geld abhebt, dann macht man das. Ja. Oh. Jetzt smurfen sie. Du hast erst ein Wort nicht erraten, was ich gemalt habe. Ah, was war das denn? Fahne. Fick dich. Also, bei den... Bei den Planeten, da gibt es den einen, wo auch so Rover langfahren, so. Mars. Richtig. Mh... Wenn wir... Wenn wir Supplemente nehmen, dann sind die in? P... Pillen. Tabletten. Form. Was? Kapsel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deutsch ist deine? Sprache. Sch... Weiter. Und der Arme war... Drei Sekunden nach. Macht euch keinen Scheiß. Ein Sprach... Ein Sprach... Ein Sprachgebau... Vorbei. Muttersprache. Zeit vorbei. Boah. Der hat gesagt, Deutsch ist deine. Ja. Hat der glaube ich, aber er hat es nicht verstanden. Ich glaube auch. Ich habe verstanden, Deutsch ist eine. Eine. Ich habe schon deine. Ah ok, ich habe auch eine verstanden. Naja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber es waren immer trotzdem vier Begriffe. Naja. Oh Mann. Also. Es steht gerade 4 zu 7. Baluna führt. Auch in dieser Kategorie. Baluna. Mal sehen wie gut Maluna beschreiben kann. Maluna. Oh, ich glaube nicht so. Dankeschön. The Zeit läuft in 5,4,3,2,1... Ah. Eine Frucht. Die ist im Sommer sehr beliebt. Aprila, Kirsche, Erdbeere. Die ist rosa. Pfirsich. Es ist ein Gemüse, es ist gelb. Es hat ganz viele Punkte, man kann es doch abbeißen oder rösten. Kartoffeln? Gelb ausкуmte? Wird auch verpasst? Äh, weiß, weiß. Gelb und es hat Punkte. Ach, keine Ahnung. Oh, wir sind wieder bei einer Frucht, die ist grün und hat eine schöne Form. Apfel? Äh, Kimi? Ne, was ist noch? Es ist grün und hat quasi eine breitere Form unten und wächst schmal zu, sozusagen. Es ist grünlich, es ist nah an einem Apfel, es ist weicher als ein Apfel. Hast du eine Birne? Jawohl! Es sind so Früchte. Es ist, äh, also bei schlechtem Wetter, da kommen so Wassertropfen runter. Regenschauer, Gewitter. Ja, ja! Regenschauer. I got you. Und dann, ähm, also, wenn, ähm, bei einer Sportart, bei der man halt quasi zwei Reifen hat, und, äh, das ist eine Sportart, wo ganz viele Leute nebeneinander los starten, und, ähm, quasi, es sind zwei dünne Reifen. Äh, Fahrradfahren? Äh, äh, äh... Du bist in der richtigen Richtung, aber... Schnellrad? Wie heißt denn das Sprit? Schnell, okay. Wir machen was anderes, Radrennen. Okay. Es gibt eine linke und eine rechte. Hand. Fuß. Äh... Bei einem Buch. Äh, Seite. Ja. Seite, Seite war's. Oh mein Gott. Es gibt eine Kategorie im Film, die ist so übernatürlich, oder die ist so... Föller? Sci-Fi? Äh... Sci-Fi, Science-Fiction. Ja, Sci-Fi, Science-Fiction. Das war vorbei, vorbei, vorbei. Das waren sechs Begriffe für euch. Wow! Stark! Es war so lustig, wir hatten so dreimal ne Frucht oder so. Ja, 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 ja. Früchte, oder? Ich bin so gelb, wenn man irgendwie sowas anfängt zu beschreiben, ohne es zu nennen. Das ist gelb, hat Punkte, man wird zu Popcorn. Aber das macht ja voll Sinn, aber das mit dem Popcorn war. Ich bin bereit. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Äh, Hunde haben einen? Schwanz. Nein. Pfote. Nein, Schnauze. Ist haarig. Mh? Das, was du streichelst? Fell. Jawoll. Ähm... Ähm... Wenn ich vor der Kamera stehe, bin ich ein... Entertainer. Scheiß drauf. Fotomodell. Schön. Es gibt Influencer, die machen das als Sportart im Stream gegeneinander und stehen dann im... Finale? Nee, die hauen sich. Boxring. Richtig. Stark. Ähm... Da geh ich hin, wenn ich Animal Crossing spiele und meine Fische besuchen gehe. Museum? Ja. Oh mein Gott. Ähm... Da stehen Schiffe im... Meer? Nein. Wasser? Im... Hafen? Ja. Ähm... Ich hab heute richtig schlechte... Laune? Ja. Oh, fünf. Ähm... Hat er immer deswegen... Beim Fußball wird... Ja, nee... Mach weiter. Ähm... Du hast meistens einen... Sitzen. Mit mir. Oh. Entschuldigung. Spaß mit mir. Entschuldigung. Ein Problem mit mir. Ich hab kein Problem mit mir. Du bist meine Lieblingsstimme. Ähm... Scheiße, sorry. Ich hätte gern ein... Bier. In mir. Äh... Von dir. Von dir in mir. Was? Easy Emmy. Teil! Ja! Ja! Äh... Teil ist doch leider. Okay. Aber es war... Das war jetzt, ey. Die Bescheidungen sind ja wirklich komplett... Das war ein sehr unterhaltsamer Fass. Darf ich das überhaupt sagen? In den ganzen Wörtern mit den Sätzen und so? Ja, doch, doch. Das war richtig gut, Alter. Strong. Aber... Die Leute kennen den Clip wahrscheinlich nicht, aber... Aber... Was soll man da sagen? Ja, Glückwunsch, ne? Wir beide. Aber... Ich würd sagen, damit es spannend bleibt, machen wir jetzt trotzdem noch eine extra Runde, wo ich beschreibe. Aha. Und es gibt nochmal Punkte zu holen. Das find ich gut. Du bist immer so der Endboss dann. Okay, wenn ich viele böse Sachen mache, dann... Bösewicht! Wandert meine nicht in den Himmel, sondern... Hölle! Hölle! In deine Seele! Ach du, gut! Machen! Wenn ich alt werde, dann wird meine Haut... Irgendlich! Was ist das? Sie kriegt viele dadurch? Folgen! Das ist unser, das ist unser! Ähm... Okay, das Teil. Ähm... So, Matteo redet sehr viel. Quatsch! Unsinn! Oh, quatsch! Dreckiger! Wenn wir Streit haben, dann haben wir einen... Bief! Äh! Ähm... Problem hat mir... Wenn mir etwas aus dem Kiefer ausfällt, dann habe ich... Zahnschmerzen! Zahnschmerzen! Dann... Entsteht da... Loch! Etwas... Zahnücke! Ähm... Basis sitzt gerade für mich allen in der... Mitte! Oh, das haben wir! Das ist unser! Ähm... Unser Planet ist unsere... Erde! Heimat! 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 Nein, ein bisschen anders! Äh... Hause! Unsere... Heimat! Hä? Ne, anderes Wort! Äh... Wenn man richtig schlecht bei Autofahren sehen kann, dann ist meistens... gerade frühmorgens viel... Nebel! 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 Heimat! Ähm... Wenn man bei einem Unfall unbescheuert überlebt hat, dann hat man meistens einen... Schutzenge! Schutzenge! Richtig! Was? Was? Ähm... Matteo kisselt gerne der... Was? Damm! 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 Das war's! Das waren alle Begriffe! Ja, wir haben auf jeden Fall verloren, glaube ich! Der Damm! Der Damm kitzelt! Das waren viele Begriffe, die ihr erraten habt, ich hab aber nicht... Ja? Ich würd sagen, der zählt noch! Der zählt noch! Das war so das... Das macht aber keinen Unterschied! Äh... Ich hab nicht mit... Ihr könnt sagen, wer hat wie viel... Oh mein Gott! Das ist der Final-Inner-Score! 40 zu 20! Ja! Yippie! Damm war auf jeden Fall drin! Ich will ja nicht immer der sein, aber du hast nur mit Linda geredet! Ja, ich hab richtig die Connection gemerkt bei uns! Du hast mir die ganze Zeit die abwechseln! Ich hab über... Musst du die abwechseln! Er hat versucht woanders zu gucken, aber naja! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Lieb ich! Wollt ihr trotzdem... Wollt ihr trotzdem eine Pantomime-Runde machen? Wollt ihr das nicht so? Nee, ich hasse Pantomime! Mir ist egal! Aber du könntest Pantomimeo für uns machen! Ja? So wie jetzt? Ja, das war richtig toll! Können wir auch machen? Aber diesmal guckst du mich an dabei! Okay! Dann mach ich Power-Runde! Alles gut! War nur Spaß! Aber wir haben trotzdem schon gewonnen, Mazzard und ich! Dann mach mal... Alles was jetzt noch passiert, ist nur extra! Mazzard und ich... Wir haben uns doch alle entschieden, jetzt Pantomimeo weiter zu machen! Wir haben trotzdem schon gewonnen! Dann hab ich zählen lassen! Okay! Weil wir haben ja zwei Runden hintereinander gewonnen! Wir haben Zeichnen und Erklären gewonnen! Und dann haben wir gewonnen! Weil es war best of three! Wir haben gewonnen gewonnen im Prinzip! Gewonnen gewonnen! Aber... Genau! Ihr ratet alle! Genau! Ihr ratet alle! Und die Runde zählt doppelt! Ja! Aber Mazzard und ich haben schon gewonnen! Nein! Wir haben schon gewonnen! Aber wir können trotzdem gewinnen! Ja genau! Ihr könnt trotzdem gewinnen! Cool! Ich glaub da ist noch alles drin! Okay! Fühlt ihr euch ready! Janik! Dann count me in! Zählen rein! Okay! Ähm! Essen! Schmecken! Umblättern! Süß! Äh! Salz! Krass! Ähm! Klaun! Boah! Stark! Temmeltmacher! Box! Schranktür! Äh! Schaufeln! Schaufeln! Schwimmbad! Burg bauen! Sandburg! Schneemannburg! Nein! Ähm! Boah! Konterpass! Ich sag Burg bauen! Pyramide! Ofen! Pizza! Schaufel! Ähm! Massage! Schlafen! Schlafen! Kissen! Kiste! Äh! Hängematte! Äh! Hängematte! Pyramide! 3! Mach die Form normal! Schlafmatte! Schlafkasten! Schlaf! Was ist das denn? Ein Zelt! Oh mein Gott! Scheiße! Das war ja so klein! Zählen! Zählen! Abstehen! Mathe! Rechnen! Rechnen! Rechner! Lehrer! Mathelehrer! Was? Ähm! Laufen! Spazieren! Joggen! Joggen! Umschauen! Sightseeing! Tourist! Ähm! Joggen! Rennen! Walking! Nordic Walking! Nordic Walking! Nordic Walking Meister! Anderes Wort! Nordic Walker! Spazieren! Nordic Spazierer! Nordic Spazierer! Nordic Spazierer! Wie nennt man das denn so? Walken! Spazieren! Gehen! Umsehen! Spaziergänger! Anderes Wort! Spaziergänger! Nein! Mit W! Wanderer! Ja! Easy! Hase! Hasenzähne! Nagen! Knabbern! Eichhärchen! Vampir! Kehle! Puh! Was ist das für ein Vampir? Weinen! Traurig! Traurigkeit! Trauer! Ich hab Trauer gedacht! Das kriegst du nicht immer! Traurig! Traurig! Traurigkeit war das! Schluck auf! Jaaa! Scheiße! Essen! Snack! Lecker! Abendessen! Leckerbissen! Leckerbissen! Alter! Actually strong! Weißt du was ich meine? Versteh ich nicht! Boah, das war ja voll schwer! Ja ich finde auch die Phantomien für dich übel schwierig! Ich habe immer so viele wilde Begriffe gehabt auch! Guck mal, wir haben gewonnen, Tim. Alter, habt ihr wirklich? Ja, stark. Ja, aber doppelt. Der war Pia in 10. Doppelt haben wir 10, ja. Freut mich, dass ihr auch meine Runde gewonnen habt. Danke, Linda. Gönne ich euch auch. Danke, dass du auch gönnst. Wollt ihr jetzt selber noch ein paar Demi-Mü machen? Nee, gar nicht. Ich hasse Pia. Ich stehe schon so ready. Dann, dann. Also, ich wäre ready. Aber er kann ja und wir können alle wach. Komm, wenn ich back hast, dann komm. Ja, okay. Dann mach gerne noch. Okay, dann mach ich. Oh mein Gott. Rentner, Matteo. Oh mein Gott, das sieht doch falsch aus. Lasen. Pömpeln. Pömpel. Schaufen. Pumpe. What? Schlüssel. Schlüssel. Drehen. Sauber machen. Aufschließen. Reinigen. Verschließen. Abdichtung. Dichtung. Meißeln. Dübel. Bohrer. Nee, Schraubenzieher. Ein bisschen hättest du noch. Singen. Singen, Sänger. Sänger. Oh, okay. Mikrofon. Mikrofon. Wann ich nie? Ja, voll schlecht. What is this shit? Fotografieren. Fotografieren. Fotokamodel. Kamera. Fotokamera. Fotografie. Videokamera. Kamera. Fotoauslöser. Kameraknopf. Nein. Fotoapparat. 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 Scheiße. Fußballer. Jogger. Tänzer. Michael Jackson. Eislaufen. Schlittschuhlaufen. Eiskunstlaufen. Eiskunstlaufen. Ballett. Eishockey. Inlandskating. Ah, scheiße. Stimmt. Essen. Mittagessen. Lecker. Abendessen. Frühstück. Genießen. Nobelrestaurant. Gericht. Kleine Portion. Schickes Restaurant. Schick Essen. Gängemenü. Popcorn einfach. Ich muss das. Scheiße. Schal. Oh mein Gott. Ah, Jürg. Hey, Jürg. Muskelprotz. Muskel. Bodybuilder. Ja, Alter. Stark. Riechen. Riechst du als. Parfum. Parfum. Blumen. Und dann. Blumenpresse. 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 Lungenstempel. Passo. Vase. Was? Und das war's? Ja, wegen den Blumen. Frisbee. Fang. Boomerang. Boomerang. Oh, scheiße. Fünf Sekunden noch. Pinguin. Ja. Shorty. Tropete. Tropete. Ist vorbei, oder? Ist vorbei, ja. Das war so gleichzeitig mit der Pinguin. Geil. Das war strong. Ja. Das war cool. Das war cool. Das war richtig. Mega. Boah. Dann sind wir durch mit der Activity. Trink hier. Wollt ihr kurz chillen? Chillo. Trinken, was essen wir in der Küche? Ja. Und dann würde ich sagen, können wir danach schon mal anfangen, Richtung Layers Bar zu gehen. Oh mein Gott, Layers Bar. Das wird krass. Let's go. Das wird richtig lustig. Oh mein Gott, Layers Bar. Oh mein Gott, Layers Bar. Das wird krass. Das wird richtig lustig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017